Na, mittlerweile läuft es doch. Sie hat Freunde gefunden. In der Schule gibt's keine Probleme. Danke. Bei uns scheinen sie sich endgültig vorzuhören. Ich bin auch sehr glücklich darüber. Ich möchte halt nur nicht, dass sie den falschen Weg geht. Eine gefälschte Unterschrift ist sicherlich nicht der richtige Weg. Da gebe ich dir recht. Dann haben wir ja jetzt alles geklärt. Es war doch nur ein Missverständnis. Das jetzt ausgeräumt ist. Wir sehen uns. Heißt Ihre Mutter zufällig mit Mädchennamen auch Schneider? Woher wissen Sie das? Weil deine Mutter meine Schwester ist. Was? Und ich bin deine Tante. Lara ist beim Diebstahl einer teuren Kamera erwischt worden. Wie bitte? Da geht's tools das einfach zwei Frauen, Dreidelого machen. Das ist学 cheating. 교inde in diebstahl der!!" Ich bin jeder. Was mit Lattern sagt. Wann seine450-identcza in derasanlei Luft lüfen Daily ist. Wie bitte schauen Sie das amierst hers? Ja. Wann zieiments haben sie das multicultural. Das... das muss ein Missverständnis sein. Lara! Tut mir leid. Also, ich begreife das nicht. Was ist denn hier los? Guten Abend. Lara ist bei einem Diebstahl erwischt worden. Was? Sie hat eine Kamera entwendet. Ist das wahr? Der Ladenbesitzer jedenfalls hat Anzeige erstattet. Was bedeutet das jetzt? Eine Geldstrafe und mit ein paar Sozialstunden muss sie wohl auch rechnen. Hinzu kommt natürlich noch der Ärger mit dem Jugendamt. Jugendamt? Die überprüfen das soziale Umfeld. Ja! Du bist Tante... Deine Tante Charlotte! Angelo? Was gibt's? Ich bin gerade Tante geworden. Hi! Das ist mein Neffe Oliver. Aha. Bringen Sie uns zur Feier des Tages doch gleich mal zwei Gläserchen ein. Sicher. Ich hab immer gedacht, dich gibt's gar nicht wirklich. Wurde denn in deiner Familie überhaupt über mich gesprochen? Nein. Naja, okay. Und wenn, dann nicht positiv. Nicht wirklich. Deine Mutter und ich, wir hatten leider nie ein wirklich gutes Verhältnis. Wieso eigentlich? Ach, wir waren einfach zu unterschiedlich. Sie immer die brave, ordentliche und ich... Das komplette Gegenteil. Ich hatte einfach immer Panik, dass ich in diesem kleinen Bürger-Mief ersticke. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen, Neffe. Das glaube ich auch. Oh, das wird ja immer schlimmer. Das versteht doch kein Mensch. Du arbeitest noch? Ja, ich versuche es zumindest. Gibt es Probleme? Nein, ich verstehe nur nicht, wie man sich den ganzen Tag mit Bilanzen beschäftigen kann. Da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Hallo, Kathi. Hallo. Was hast du denn vor? Ich hatte gehofft, du würdest mir ein bisschen Gesellschaft leisten vor dem Kamin. Ich habe einen wunderbaren Bordeaux ausgegraben. Gern. Na, dann komm. Ach, Martin, entschuldige. Ich hätte eine kleine Frage. Mir sind hier immer noch ein paar Posten unklar. Lass mal sehen. Also, pass auf. Schatz, ich erkläre es Kathi nur schnell. Bist du so lieb und lässt schon mal den Kamin anfeuern? Ich komme dann gleich nach. Natürlich. Nimm doch schon mal die Flasche mit. Also. Was wolltest du eigentlich mit dieser Kamera? Das ist keine Antwort, Lara. Ich weiß es doch auch nicht. Du stehlst eine Kamera und hast keine Ahnung warum? Warum? Ich hoffe, dir ist klar, dass das ernste Konsequenzen nach sich zieht. Diebstahl ist kein Spaß. Ja, es war wirklich blöd von mir. Die Säugerechtsprüfung durch das Jugendamt ist gerade erst abgeschlossen. Was glaubst du, was passiert, wenn die von deiner Aktion erfahren? Komme ich jetzt ins Heim? Das ist sehr gut möglich. Lass uns morgen darüber weiterreden. Wir sollten das alle erst mal überschlafen. Lara? Diese Angelegenheit ist nicht vom Tisch. Das haben wir falsch gemacht, Arne. Ich glaube, Angelo trinkt den Champagner selber. Aber erzähl euch, das ist gerade so spannend. Aber eigentlich weißt du jetzt alles über meine Familie. Aber für dich hast du noch nicht viel erzählt. Da gibt es auch nicht mehr so viel zu erzählen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, ob es jemanden gibt in deinem Leben. Ich weiß, ich bin schrecklich neugierig. Naja. Also ihren Namen kannst du mir doch wenigstens verraten. Also ich weiß nicht, ob ich ihn, äh, ob ich dir das jetzt so einfach erzählen kann. Nur zu, ich werde es schon nicht in Düsseldorf rum erzählen. Okay. Also sie heißt Tom. Tom. Tom Seifert? Oh oh, das wird deiner Mutter aber gar nicht gefallen. Meiner Mutter gefällt nichts, was nicht in ihr Weltbild passt. Die Szene gestern zwischen dir und Tom, habt ihr Streit? Er glaubt mir einfach nicht, dass ich mich in ihn verliebt habe. Dann beweis es ihm. Wie denn? Lass dir was einfallen. Lad ihn ein. Mach irgendetwas, was ihm Freude macht. Das habe ich alles schon versucht. Schwieriger Fall, ja? Er hat irgendwie alles in dem falschen Hals gekriegt. Er denkt, ich treibe noch meine Spielchen mit ihm. Na, aber du wirst doch jetzt nicht schon aufgeben, oder? Nein. Dafür habe ich ihn viel zu gern. Franziska, was soll das werden? Übst du für den Wettbewerb im Müsli herunterschlingen? Mein Felix, hat mich rechtzeitig geweckt gemacht? Was bin ich jetzt wieder? Streitet euch. Ich liebe das beim Frühstück. Dann sag ihm, er soll mich in Ruhe lassen. Du sollst sie in Ruhe lassen. Hat dir meine kleine Beratung in Sachen Bilanzen geholfen gestern? Oh ja, sehr vielen Dank. Für mich ist halt doch noch ziemlich viel neu. Es ist eben nicht so einfach, ein großes Unternehmen zu leiten. Aber du schaffst es schon. Fährst du in die Stadt? Ja. Könntest du mich bei Caradona absetzen? Sicher. Danke. Komm, bitte pünktlich zum Abendessen. Versprochen. Bei mir wird es heute leider sehr spät. So? Das ist aber schade. Oh, Larissa! Guten Morgen! Einige wollen wir nur für einen Moment vorbeischauen. Aber wie ich sehe, sind alle hier im Aufbruch. Tut mir leid, Clarissa. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du denn hier? Ich wohne hier, wenn du gestattest. Wir haben es sehr eilig. Entschuldige. Mit der Kleinen werdet ihr noch viel Freude haben. Wie wäre es mit deinem Kaffee? Morgen. Morgen. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja, ich bin ein bisschen früh dran, ich weiß. Ja. Kommen wir erst mal rein und trinken Tee. Du kannst es wohl gar nicht abwarten, in die Schule zu kommen. Dicke Luft zu Hause. Was ist denn passiert? Ja, jetzt sag schon. Ich, ich habe was mitgehen lassen. Scheiße! Das kannst du laut sagen. Sie haben dich natürlich erwischt. Mann, ich dachte, du wolltest nie wieder klauen. Das wollte ich ja auch nicht, aber diese Kamera. Was für eine Kamera? Jetzt sag bloß, du hast die für mich geklaut? Ja. Damit das was wird mit dir und Felix. Wie soll ich jetzt eigentlich zu dir sagen? Tante Charlotte oder Tante Charlie? Oh, das klingt ja beides, Schatz. Ich bin nur Charlie. Das passt auch am besten zu dir. Hey, was sind ein paar Bücher alles für Wirt? Darf ich vorstellen? Meine Tante Charlotte. Tante? Oh. Welt ist klein und wir sind vorn. Ja, ob du es glaubst oder nicht, sie ist die Schwester meiner Mutter. Aber das ist eine längere Geschichte. Kein Witz? Kein Witz. Sachen gibt's. Wie geht's eigentlich, Tom? Ähm, so weit ganz gut, glaube ich. Ah ja. Hey, sei nicht traurig. Das wird schon mit euch beiden. Im nächsten Leben vielleicht. Meine Güte, versuch's doch noch mal. Geh einfach ran. Wie denn? Singend. Ja, genau. Kauf mir eine Mandoline und stell dich unter sein Fenster. Klar. Ich bin aber leider kein Bade und wir leben auch nicht im Mittelalter. Hey, ich hatte eine Idee. Tut mir leid. Lara ist noch nicht von der Schule zurück. Ich weiß. Ja, ich hab mir extra die letzte Stunde freigeben lassen, um mit Ihnen zu reden. Mit mir? Ja, dann komm doch rein. Also? Lara hat mir erzählt, dass sie beim Clown erwischt worden ist. Allerdings. Guten Tag, Herr Brandner. Äh, Alexa, guten Tag. Sie dürfen ihr nicht böse sein. Sie hat's für mich getan. Hast du sie dazu abgestiftet? Nein. Ich hab nichts davon gewusst. Also jetzt versteh ich gar nichts. Wie soll ich's sagen? Das war eine Art Freundschaftsbeweis von Lara. Auf eine Freundschaft, die solche Beweise nötig hat, sollte man vielleicht besser verzichten. Darum geht es doch gerade. Lara hat's nicht nötig. Und warum hat sie's dann getan? Weiß ich ja auch nicht. Aber sie hat's gut gemeint. Brandner? Ja, Herr Korsmann. Ja. Das kommt nicht wieder vor. Was soll ich davon halten? Danke. Bitte. Wie meinst du das, ob ich mit Cati klarkomme? Sie ist doch recht launisch, oder? Ach, da hab ich schon Schlimmeres erlebt. Und wie versteht sie sich mit Martin? Gut. Sehr gut eigentlich. Dacht ich's mir. Was willst du damit andeuten? Nichts. Clarissa? Clarissa? Frag mich nicht, sonst heißt es wieder, ich wäre indiskret. Ach, was hier gesprochen wird, das bleibt doch unter uns. Dir ist doch sicher schon aufgefallen, dass Cati... ...recht attraktiv ist. Besonders ältere Männer scheinen sie magisch anzuziehen. Ich bitte dich, Clarissa. Sei einfach auf den Hut. Nein, nein. Bei Martin brauch ich mir wirklich keine Gedanken zu machen. Wie du meinst. Obwohl, es gab da so ein paar gewisse Begebenheiten der Vergangenheit. Ach ja? Ach, lassen wir das lieber. Warum ist dieser scheiß Kühlschrank eigentlich immer leer? Weil du nicht eingekauft hast. Ich bin gar nicht dran heute. Egal. Ich hab eh keinen Bock auf Kochen. Sagen wir mal, dann lass uns doch noch ganz No Limits gehen und dort was essen. Dann bitte ich Oliver über den Weg lauf. Super Idee, Christian. Er mag dich. Und er vermisst dich. Ist richtig. Tom, der meint's wirklich ernst. Wenn er es ernst meinen würde, dann würde er sich an das Verhalten mir gegenüber. Sag mal, was willst du eigentlich noch von ihm? Soll er dir den roten Teppich ausrollen? Ich lass mich nur mal nicht gerne vorführen, das ist alles. Er will dich wirklich sehen. Nein, ich ihn aber nicht. Und seit dem Rest habe ich eh die Schnauze voll. Er hat dich geküsst. Ist doch super. Er hat mich geküsst, weil er wissen wollte, wie es ist, einen Mann zu küssen. Das ist was ganz anderes. Dir ist recht nicht zu helfen. Sag mal, hat er dich eigentlich vorgeschickt, um mich voll zu labern, oder wie? Spinnst du? Ach, ist ja auch egal. Mach doch, was du willst. Ich gehe jedenfalls nachher ins No Limits. Im Schrank sind übrigens noch ein paar alte Kekse. Die kannst du ja essen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was denn? Laras emotionale Abhängigkeit von Alexa. Komm, jetzt übertreibst du. Also, dass sie einfach eine Kamera klaut. Geht zu weit, ja. Ja. Glaubst du, wir kriegen Ärger mit dem Jugendamt? Das kann schon sein. Arno, wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass so etwas noch mal vorkommt. Wenn ich nur schon wüsste, wie. Vielleicht sind wir nicht streng genug. Ja, kann schon sein. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass sie sich vor uns wieder verschließt. Trotzdem, es gibt Grenzen. Die müssen wir ja aufzeigen. Wir sind verantwortlich. Ja. Und, wir haben es so gewollt. Aber was soll ich denn machen? Ich kann sie doch nicht den ganzen Tag einsperren. Das ändert nichts. Wir müssen uns was einfallen lassen. Heute gibt es zum Nachtisch etwas ganz Besonderes. Oh, nicht schon wieder Mandelpudding. Papst, liebt das Zeug nur mal. Meine Portion kann er haben. Darf ich mit dem Servieren beginnen? Ah, bitte. Danke, ich möchte erst warten, bis mein Mann zu Hause ist. Gut. So, und ich verhungere inzwischen. Dein Vater wird sicher gleich kommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich bestehe darauf, dass wir gemeinsam zu Abend essen. Dann sorg doch mal dafür, dass er kommt. Na gut. Ich rufe ihn an. Mh, lecker. Ah, guten Appetit übrigens. Danke. Ja, so. Von Beinbach hier. Ja, ich hätte gerne meinen Mann gesprochen, bitte. Vor einer halben Stunde losgefahren, sagen Sie? Ja. Vielen Dank. Wiederhören. Ist nur noch der Partner im Haus. Ja, dann wird er ja bald kommen. Hoffentlich. Danke noch mal, dass du das arrangiert hast. Was man nicht alles für die Liebe tut. Oh, Alina. Hm? Hi. Was ist denn hier los? Ich hätte gerne ein Bier und einmal Spaghetti Carbonara. Va bene. Und für mich ein Wasser, bitte. Alles klar. Hallo, Alina. Hi. Kann ich mich noch zum Karaoke-Singen anmelden? Oh, die Anmeldefrist ist leider schon abgelaufen. Ja, nun mal schau. Karaoke? Was ist denn hier los? Ist doch fang. Also, ich weiß nicht. Was wird das denn jetzt? Hi. Ich kann zwar nicht wirklich gut singen, dafür kommt mein Lied aber von Herzen. Also, seid bitte nachsichtig mit mir, ja? Da will ich wirklich singen jetzt. Traum, jetzt warten Sie doch mal ab. Das tue ich mir nicht an. Hey, 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 hey. Du bleibst hier und damit basta. Genau. Dein Wasser. Tom, seien Sie doch kein Spielverderber. Prost. Kein Wunder, dass ich euren Vater nicht erreiche. Er hat sein Handy liegen gelassen. Franziska, mach mich bitte nicht wahnsinnig. Das ist eine Suppe und keine Kaltscheine. Na, meinetwegen. Die Raubtierfütterung hat begonnen. Die Tigerin kennt jetzt nur noch ein Ziel. Hör auf, du Spinne. Sie will ihren gewaltigen Hunger stillen und schlürft dabei wie... Felix! Ja, Mom? Würdest du bitte diesen Unfug lassen? Das ist kein Unfug. Das ist Kunst. Ach, ich möchte bloß mal wissen, wo euer Vater bleibt. Es ist doch immer dasselbe mit ihm. Er wird irgendeinen wichtigen Termin haben. Dann hätte er schon längst angerufen. Er hätte auch sein Handy vergessen. Telefone gibt es überall. Wenn er nur keinen Unfall hatte. Papst? Niemals. Na gut. Dann essen wir eben. Ich hörte, er singt eine gute Song. Ich hörte, er hatte ein Song. Und so kam ich ihn, um ihn zu hören, um ein paar Mal zu hören. Dann wird einem ja das Bier schaden. Hey, was hast du denn? So schlecht singt er doch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass meine Verwandtschaft so romantisch veransagt wird. Ist doch eine tolle Idee. Ja, hoffentlich sehen das andere Leute hier auch so. Ich weiß trotzdem nicht, was das Ganze hier soll. Ich gehe nach Hause. Hey. Ich gehe nach Hause. Danke. Danke. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr geklärt. Wie machen Sie denn das? Eigentlich habe ich das Ganze hier ja nur gemacht damit, damit eine bestimmte Person mich endlich mal beachtet. Der meint bestimmt Sie, Frau Schnhaider. Das würde mich wundern. Tom, du bedeutest mir wirklich sehr viel. Hast du die Lösung schon? Hm? Musst du immer noch an die geklaute Kamera denken? Also, dass du sie mir schenken wolltest, damit ich für Felix interessant bin. Ist ja total süß von dir. Aber kein Typ der Welt ist das wert. Aber du bist es wert. Hey, du bist meine Freundin. Aber bitte tu nichts mehr, was dir so einen Höllenärger einbringt. Ja, das war blöd von mir. Arno und Elisabeth sind jetzt auch total sauer auf mich. Na komm, so eng werden die das schon nicht sehen. Wir haben doch alle schon mal Mist gemacht. Denk doch bloß mal an die Geschichte mit der vorgetäuschten Entführung, die ich mir geleistet habe. Bloß, weil ich nicht ins Internat wollte. Das war vielleicht ein Hammer. Ja. Und du hattest fürchterlichen Stress zu Hause. Naja, die paar Tage. Aber das Gesicht von Tom hättest du sehen sollen, als ich ihm die EC-Karte geklaut habe. Naja, aber das habe ich auch überlebt. Und dann die Sozialstunden, die mir das Jugendgericht aufgebrummt hat. Die habe ich auf einer Backe abgerissen. Brauchen Sie mich noch? Nicht mehr. Danke, Christiane. Ach so, das Essen. Ah, ich weiß. Gut, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Abend. Guten Abend, Christiane. Schlafen Sie gut. Danke, sieh ab. Martin. Wo warst du denn so lange? Ich weiß, es ist nicht zu entschuldigen. Guten Abend, Schatz. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ich hatte einfach zu viel um die Ohren. Ist ja nicht so schlimm. Möchtest du noch etwas essen? Entschuldige, alles meine Schuld. Wir haben einfach die Zeit vergessen. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf Mathe. Was machen wir denn morgen? Mh, Kino. Mal gucken. Guten Abend. Hallo. Schon etwas spät, hm? Wir haben noch Mathe gelernt. Schön. Ja, ich mache mich dann mal vom Acker. Wiedersehen. Wiedersehen. Die wird sich schon wieder einbringen. Ja, hoffentlich. Ich hole dich morgen früh ab, okay? Mhm. Gut. Dann, tschüss. Lara? Ich habe eben ganz ungewollt euer Gespräch mitbekommen. Was? Ich muss sagen, das hat mir ganz und gar nicht gefallen. Bitte lass mich ausregen. Alexa hat keinen guten Einfluss auf dich. Was soll denn das heißen? Ich wünsche, dass du sie nicht mehr triffst. Ist das Hass? Ähm, wir sind. Ich werde das Hallo abs CLMisch! Und ich kann nicht unter den Küche, wenn ich zeige. Schauen Sie das liebe, gerne quê? A. Ich würde « resolver». Es geht immer nicht aus. auf dieﷺの ihm. Wir sitzen. Als ich gebir, cast defineisiau Epic … ich wende your spirit. Meine B lügen... Untertitelung des ZDF, 2020